Willkommen alle zusammen zu diesem kurzen Vergleichstest zwischen der AMD RX 550 und der Nvidia GT 1030. Dies ist ein doch recht interessantes Low-End-Budget-GPU-Battle, da ihr wisst schon, diese Karten die neuesten da draußen sind, gleichzeitig aber auch die günstigsten Lösungen seitens AMD sowie Nvidia sind. Wenn ihr auf der Suche nach dieser Art Grafikkarte seid und ihr ein einigermaßen halbwegs ordentliches Spielerlebnis haben wollt, für welche solltet ihr euch entscheiden. Preislich gesehen kostet AMD's RX 550 derzeit um die 84 Euro, wobei die GT 1030 von Nvidia so 71 Euro erhältlich ist, also ein wenig günstiger. Das exakte Modell, das die RX 550er vertritt, ist das Sapphire Pulse RX 550 mit 2 GB Videospeicher. Für die GT 1030er ist es die Gigabyte GT 1030 Low-Profile 2G, ebenfalls ausgestattet mit 2 GB VRAM. Und in Sachen Specs gibt es einen kleinen TDP-Unterschied, kein Displayport-Ausgang seitens Nvidia und nur ein 64-Bit-Speicher-Interface bei der GT 1030 im Gegensatz zu 128-Bit bei der RX 550er. Aber es gibt wiederum einen Preisunterschied. Von daher benchmarken wir mal. und das ist eingezogen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.